48 Grad Zu kalt Unterkühlt Fahr mal warm Fahr mal warm Deswegen hat der Motor noch keine Leistung, der ist unterkühlt Ein wenig Naja Die kräftigen Sachen sind die geilen, sagen wir mal, so Schlupbrummer, der Krawler, das hat mich noch nicht alt genug, mit 90 Mal ich hab ja Ich finde, wenn die Reifen doppelt so groß werden und runter sind Geil, ne? Den Vorderrader, das muss erst mal doppelt so groß werden, das hat mal was für Die Vorderrader kommt so groß und wie hinten ist das ein bisschen freischt Ja 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 Da werden wir jetzt mal zeigen, weil Youtube ist sowas fair Das werden wir bestehen Ja Radfahrer Ja klar Aber so macht das Sinn, ne? Oh, blinkig!